hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal eddie smart home ja im heutigen video möchte ich euch ein kleines aber feines tool vorstellen dass auf den namen go to rtc hört hört sich im ersten augenblick sehr und spektakulär an aber es ist glaube ich genau das was viele von euch suchen viele verwenden motion beziehungsweise shinobi um bildet eurer kamera in die iobroker vis oder in home assistant zu bringen und viele schreiben mich immer wieder an und sagen ja ich habe extrem große verzögerung und so weiter das problem bei shinobi und motion ist ja dass es eigentlich eine video recorder software ist das heißt dies eigentlich dafür gedacht um videos aufzuzeichnen wenn eine bewegung stattfindet viele verstehen das ein bisschen falsch und denken ja damit können sie einfach nur das video material in den iobroker bringt aber wie gesagt das ist nicht der eigentliche sinn dieser software aber genau das macht go to rtc es nimmt den video stream und bringt ihn ohne umwege in eure iobroker wisst das heißt ihr habt verzögerung von gleich null beziehungsweise maximal einer sekunde das ist das was viele von euch glaube ich suchen das ganze zu installieren wie das funktioniert das zeige ich euch im heutigen video ist sehr einfach es sind aber ein paar schritte notwendig damit das läuft und das tolle an dem ding ist das ist absolut ressourcen schonend es braucht absolut fast gar keine cpu fast gar keinen ram ist also für den recipe für proxmox perfekt geeignet also falls ihr wissen wollt wie ihr den stream ohne verzögerung in eure visualisierung bringen könnt dann bleibt dran nach einem kurzen intro geht es los und denkt dran falls euch das video gefallen oder geholfen haben sollte würde ich mich über einen daumen hoch und ein abo sehr freuen und nicht vergessen die kleine glocke zu aktivieren mit ihr benachrichtigt werdet sobald ein neues video online ist in diesem sinne viel spaß mit dem video bis gleich schöner sie dran geblieben seid okay also im heutigen video zeige ich euch wie ihr go to rtc auf ein raspberry pi installiert das ganze funktioniert auch mit proxmox die befehle müssen dann nur minimal abgeändert werden aber die abänderungen blende ich euch dann auch mal ins video ein wenn es um die befehle geht ansonsten funktioniert wirklich tadellos ich glaube ram speicher hatte ich bei 256 megabyte oder sowas im lxc container und die cpu auslastung liegt bei glaube ich zwei prozent oder sowas shinobi liegt irgendwo bei 40 50 prozent motione irgendwo bei 80 prozent und in dieses tool irgendwo bei ich weiß nicht 35 prozent oder irgendwie sowas in der art also sehr ressourcen schon und mega tool ganz einfach und dann würde ich sagen wir beginnen jetzt ich habe einen frisch installierten raspberry pi mit bookworm drauf also die neueste version und ich würde sagen wir legen sofort los und wechseln an den rechner okay dann legen wir mal los also ich verbinde mich hier mit meinem raspberry pi wie gesagt ist neu installiert und da das ganze neu installiert ist müssen wir als erstes die updates und upgrades einspielen also sudo update und sudo upgrade das ganze dauert jetzt bestimmt so zehn minuten oder sowas aber keine angst für euch vergeht das wie im flug so der raspberry pi ist jetzt auf dem neuesten stand als nächstes installieren wir ffm pg das ist vielleicht schon installiert aber sicherheitshalber tun wir das noch mal installieren so das war in diesem fall schon installiert aber führt den befehl trotzdem sicherheitshalber mal aus dann wechseln wir in das verzeichnis user lokal bin und erstellen dort einen ordner namens go to rtc wechseln in den ordner und müssen dann go to rtc runterladen dazu gehen wir zuerst mal auf die github seite link findet ihr in der video beschreibung und gucken welches die neueste version ist also in meinem fall ist das die 1.8.5 scrollen ein bisschen runter und wählen dann die version aus die wir benötigen also in unserem fall wäre das hier linux arm 64 das ist raspberry pi 64 bit version falls ihr die 32 bit version habt dann müsste das die hier sein und falls ihr proxmox verwendet dann wählt ihr das hier aus nicht mag sondern amd 64 hier oben also dann wählt ihr das hier aus das bedeutet einfach die endung abändern und auch auf die version achten also hier ist es version 1.8.5 und dann am 64 und das ändert ihr dann wie gesagt ab ansonsten bleibt der befehl identisch bestätigen dass dann wird das heruntergeladen in das verzeichnis dass wir gerade erstellt haben dann müssen wir für diese datei noch mal die rechte ändern auch hier achtet auf die endung falls ihr proxmox verwendet kommt hier amd 64 rein und bei raspberry pi kommt es am 64 rein also je nach dateinamen müsste das halt abändern dann testen wir das ganze indem wir das staaten auch hier wieder auf die endung achten und wenn hier das so aussieht wie bei mir dann funktioniert alles dann ist alles richtig alles grün keine fehlermeldung passt gehen hier wieder raus mit steuerung und c und dann erstellen wir noch eine jammelfeile mit folgendem befehl nano go to rtc j am y also y am l so eine jammelfeile und in diese jammelfeile können wir die streams unserer kamera hinzufügen also den rtsp stream nehmen das ganze kopieren das einfach rein das ganze sieht dann so aus wie hier das heißt wir haben hier einmal den benutzer dann das passwort dann die ip adresse mit import und allem drum und dran also eurem ganz normalen rtsp stream gehen hier wieder raus mit steuerung x y und enter die datei ist gespeichert das können wir dann auch noch mal in der web oberfläche abändern aber wir müssen die datei einmal anlegen dann müssen wir der datei auch noch die richtigen rechte verpassen das machen wir mit change mod wieder bestätigen das einfach ändern die rechte dann wechseln wir das verzeichnis um den autostart also um die go to rtc in den autostart zu packen wechseln in dieses verzeichnis erstellen dort dann ein kleines skript namens go to rtc service der inhalt sollte wie folgt aussehen auch hier wieder darauf achten arm 64 hier normalerweise sollte man den user anpassen mit dem man das ganze installiert hat in meinem fall wer das eddie was mich ein bisschen wundert ist denn es funktioniert auch mit root aber ja ich ändere es trotzdem ab weil es in der doku so steht also gehen wieder raus steuerung x y und raus starten jetzt den dienst einmal neu mit systemctl daemon reload fügen einmal das skript dem autostart hinzu das machen wir mit dem hier und dann testen wir ob das ganze funktioniert indem wir uns den status ansehen das machen wir mit dem befehl hier also status ist an aber es läuft noch nicht das liegt glaube ich daran dass es noch nicht gestartet ist deswegen starten wir das ganze mal mit systemctl start jetzt habe ich hier wieder einen schreibfehler drin so und überprüfen den status nochmal also falls sie diese fehlermeldung hier bekommt dann ist irgendein unsichtbares zeichen oder sowas im text versteckt und deswegen kommt das deswegen einfach das ganze dann per hand nochmal eintippen so gucken uns jetzt noch mal den status an und jetzt sehen wir auch dass das ganze aktiv ist und läuft aber wir wollen jetzt überprüfen dass das ganze auch im autostart richtig funktioniert deswegen starten wir den raspberry pi einmal neu damit wir sicherstellen dass das auch automatisch startet also machen einmal sudo reboot warten jetzt einen kurzen augenblick bis das ganze hochgefahren ist es dauert in der regel eine minute ungefähr melden uns wieder an und überprüfen jetzt den status noch mal kann sein dass ich jetzt ein bisschen zu schnell bin aber no risk no fun so hat ein bisschen gedauert aber ihr seht es ist online ok jetzt wechseln wir auf die web oberfläche von go to rtc und machen dort weiter so die web oberfläche sieht wie folgt aus beziehungsweise um auf diese web oberfläche zu kommen gebt ihr die ip adresse eures raspberry pi sein und dann den port 1984 im normalfall sollte der nicht verwendet werden so und das ganze sieht dann wie folgt aus es gibt nicht wirklich viel einzustellen also ihr seht hier eure kamera und wenn ihr auf stream klickt dann kommt ihr auf das live bild der kamera bei mir sollte das noch nicht möglich sein weil er falsche benutzername und passwort drin ist wir testen es mal genau user und passwort falsch um das zu ändern beziehungsweise um neue kameras hinzuzufügen um eine neue hinzuzufügen geht ihr hier auf edit sagt hier temporary stream gebt hier den namen ein das könnt ihr euch auswählen wie ihr wollt und ihr gebt hier die url ein also rtsp doppelpunkt doppel slash und so weiter und so fort gibt das ganze hier ein und sagt dann edit muss ich nicht machen denn meine kamera ist schon da ich gehe zuerst mal in die config und hier seht ihr den eintrag den wir vorhin erstellt haben aber hier ist der username und das passwort falsch deswegen ändere ich jetzt mal schnell ab und nachdem ich das abgeändert habe sage ich save entry start bekommen die meldung dass das gemacht wurde dauert jetzt einen kurzen augenblick maximal fünf sekunden gehen zurück auf stream und wenn ich jetzt hier auf stream klicken dann sollte das kamera bild erscheinen so und kamera bild ist da nicht wundern ich habe das alles ausgeschwärzt ja da ich nicht möchte dass das im internet zu sehen ist ihr seht hier die uhrzeit und jetzt mache ich zum vergleich noch mal die original webseite auf der kamera und dann können wir uns mal die zeiten angucken beziehungsweise den zeitunterschied ob es überhaupt einen gibt so jetzt hätten wir beide kamera bilder nebeneinander ist zwar nur schwarz aber das spielt jetzt keine rolle das ist eine 4k oder 5k kamera von higvision wie ihr seht und hier seht ihr auch den zeitstempel und wie man sieht sind die absolut identisch das heißt das ist wirklich live und es gibt maximal ein eine sekunde verzögerung selbst bei 4 streams habe ich das getestet mehr als eine sekunde verzögerung habe ich nie drin und es läuft so über tage über wochen ohne irgendwelche verzögerung okay jetzt möchten wir das ganze noch in den iobroker zum beispiel bringen das ist relativ einfach um den stream in den iobroker zu bekommen müsst ihr im endeffekt nur diese url hier kopieren bzw könnt auch hier hingehen und adresse des links kopieren geht in eure wisse rein holt euch das widget iframe rein fügt den link hier einfach ein und voila ihr habt es im iobroker müsst nichts weitermachen außer vielleicht mal die größe oder sowas anpassen aber das war's also das tool relativ einfach viel mehr müsst ihr hier auch nicht machen wie gesagt falls ihr eine neue kamera hinzufügen wollt geht ihr einfach hier auf edit fügt eine neue hinzu und dann taucht sie auf ich mache das mal schnell also ich vergeben namen fragt die url ein also den rtsp stream inklusive usernamen und passwort wie vorhin auch sage hier edit bestätige mit ok hier auf streams und dann wird hier die zweite kamera sofort angezeigt mit dem namen test klicke hier zum testen mal auf stream und dann taucht das bild der kamera sofort auf und auch hier wieder einfach kopieren und in den iobroker einfügen und das war's also sehr simples tool sehr mächtig sehr interessant und vielen dank an den zuschauer der mir das damals vor ungefähr einem halben jahr empfohlen hat und dann bleibt mir nur noch zu sagen falls euch das video gefallen oder geholfen haben sollte würde ich mich über einen daumen hoch und ein abo sehr freuen ansonsten viel spaß mit go to rtc und nicht vergessen die glocke zu aktivieren unten kommentar dazu lassen in diesem sinne bis zum nächsten mal macht's gut